In der letzten Zeit programmiere ich wirklich sehr viel an meinen Hobbyprojekten und den größten Teil meiner Zeit verbringe ich damit im Pico 8 zu programmieren. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, der Pico 8 ist im Grunde eine Fantasy-Konsole mit Limitationen, auf der man eigene kleine Spiele programmieren kann in der Skriptsprache Lua. Aber auch mit AI habe ich gearbeitet, beispielsweise habe ich meine Stimme in Eleven Labs geklont und damit einen kleinen Videogenerator gebaut. Den setze ich zwar nicht ein, aber war ein nettes Projekt. Und natürlich habe ich auch hier und da noch einige andere Projekte am Laufen, baue mir kleine Tools, Frameworks für eigene Spiele und so weiter und so fort. Eigentlich bin ich immer irgendwas am Coden. Und vor allem im letzten halben Jahr bin ich, was meine eigenen Hobbyprojekte betrifft, deutlich produktiver geworden, weil ich einfach mit einer völlig neuen Philosophie für mich persönlich an die Projekte rangehe. Und diese neue Philosophie hat nicht nur dafür gesorgt, dass ich produktiver bin, sondern auch deutlich mehr Spaß am Programmieren habe. Und deswegen möchte ich die einfach mal mit euch teilen. In der Videobeschreibung findest du übrigens einen Link zu Programmieren starten Premium. Darin bekommst du Zugriff auf all unsere super umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen und Frameworks. Und wenn du schnell und einfach das Programmieren lernen willst, guck dir das unbedingt mal an. Link ist in der Videobeschreibung. Meine Philosophie zum Programmieren lässt sich eigentlich aufteilen in sechs verschiedene Punkte, die wir jetzt mal nacheinander durchgehen. Fangen wir dabei an mit Punkt Nummer 1 und der ist eigentlich ganz einfach. Programmiere die Dinge, die dir auch gefallen, die du gerne entwickelst. Wenn es darum geht Hobbyprojekte umzusetzen, musst du dich nicht zu irgendetwas zwingen, was du nicht machen möchtest. Das ist total schwachsinnig und langfristig kann man dafür sowieso nicht die Motivation aufbringen. Also programmiere direkt die Dinge, die dich auch ansprechen, die dir gefallen und an denen du einfach gerne arbeitest. Ich persönlich programmiere zum Beispiel am allerliebsten irgendwelche eigenen Spiele oder kleine Tools, die mir bei der Arbeit helfen. Das sind die Bereiche, die mich am allermeisten interessieren und deswegen beschränke ich meine Arbeit eigentlich fast ausschließlich auf diese. Punkt Nummer 2 meiner Philosophie, der mir bei Hobbyprojekten wirklich sehr geholfen hat, ist der, nicht zu viel zu planen. Und wenn man Ideen hat oder neue Features plant, dass man das nur sehr oberflächlich macht. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich unintuitiv und nicht wirklich nach einer guten Vorgehensweise. Aber glaubt mir, wenn ihr auf diese Art und Weise vorgeht, wenn ihr nicht zu viel plant, euch einfach an eure Projekte dransetzt, codet, das codet, wo euch der Flow eben hinführt, dann werdet ihr sehen, dass ihr viel kreativer seid, ihr viel schneller Fortschritte macht und ihr auch viel schneller auch einfach mal Dinge ausprobieren könnt und dann sehen könnt, ob die gut oder schlecht sind. Anstatt sie immer zu overthinken, immer viel zu viel darüber nachzudenken, kann man es einfach mal schnell implementieren und gucken, ob es passt oder nicht. Ich persönlich habe auf diese Art und Weise einfach einen viel freieren Kopf. Ich denke nicht immer viel zu weit in die Zukunft, sondern setze einfach die Dinge um, die ich jetzt im Moment für richtig halte. Und ja, mir persönlich hilft das auf jeden Fall sehr stark dabei, bei meinen Hobbyprojekten auch wirklich produktiv zu bleiben. Quasi weniger reden bzw. weniger denken und einfach machen. Punkt Nummer 3, auch ein für mich persönlich sehr, sehr wichtiger Punkt. Nimm deine Projekte nicht zu ernst. Du kannst an hunderten Projekten in deinem Leben arbeiten und wenn dir ein Projekt irgendwie dann doch nicht zusagt, dann verwirf es und fang mit dem nächsten an. Wenn du merkst, das Projekt führt zu nichts, die Idee war doch nicht so gut, ja dann bau einfach das nächste Projekt. Oder aber wenn dich ein Projekt stresst und du davon einfach mal eine Pause brauchst, dann mach solange einfach was anderes. Man muss seine eigenen Hobbyprojekte nicht so super ernst nehmen, als wären das jetzt irgendwelche Projekte, bei denen es um hunderttausende Euro geht. Und in erster Linie soll es beim Programmieren von Hobbyprojekten auch um den Spaß und die Freude am Programmieren gehen. Das heißt, nimm die Projekte nicht zu ernst. Punkt Nummer 4, sei kreativ und denke außerhalb der Norm. Wenn man Hobbymäßig programmiert, ist das Schöne, dass man nicht daran gebunden ist, dass die Projekte, die man umsetzt, wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt, man hat sehr, sehr viel mehr kreativen Freiraum und kann unterschiedlichste Dinge ausprobieren. Viele Ideen, die man dann umsetzt, sind natürlich nicht unbedingt die besten, aber das birgt natürlich das Potenzial, dass man super gute Ideen findet und umsetzt, die zuvor noch niemand umgesetzt hat. Halte also unbedingt mal die Augen offen. Hast du selber persönlich irgendwelche Probleme, die man mit einem neuartigen Programm lösen könnte, dann guck, ob du dieses Programm schreiben kannst und schau mal, ob das eine gute Idee ist. Punkt Nummer 5, mach einfach immer weiter. Wenn du ein Projekt umgesetzt hast, heißt das nicht, dass du dann fertig bist und deine Karriere durch ist, sondern mach einfach weiter. Such direkt nach dem nächsten Projekt und bleib in diesem Flow. Das geht vor allem dann viel einfacher, wenn du dich an Punkt Nummer 3 meiner Philosophie hältst und deine Projekte nicht zu ernst nimmst. Im Flow bleiben und einfach regelmäßig programmieren ist unglaublich wichtig, wenn man ein produktiver Entwickler sein möchte. Und deswegen kann ich es dir wirklich empfehlen, nach einem Projekt einfach direkt mit dem nächsten Projekt weiterzumachen. Wie gesagt, man kann in seinem Leben hunderte Programmierprojekte umsetzen. Deswegen mach einfach nicht zu lange Pausen zwischendrin. Und der letzte Punkt und das ist wirklich der allerwichtigste Punkt von allen, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Als Programmierer wirst du Fehler machen, wahrscheinlich jeden Tag deiner Karriere und dementsprechend nimm es einfach hin, dass das passiert. Wenn du keine Angst davor hast, Fehler zu machen, dann programmierst du viel eher einfach drauf los und probierst Sachen aus und findest entsprechend auch viel schneller Lösungen, die passen. Als wenn du die ganze Zeit jedes Problem überdenkst und nach der perfekten Lösung suchst, bevor du irgendwelche Fehler machen könntest. Und ja, durch diese andauernde Angst, Fehler zu machen, ist man einfach nonstop in dieser Blockade, die einen davon abhält, produktiv zu sein. Deswegen, hab keine Angst Fehler zu machen, nimm es einfach hin, dass du als Programmierer auch Fehler machen wirst. Und wenn du welche machst, dann fix diese Fehler einfach. Nochmal alle Punkte zusammengefasst. Programmiere Dinge, die dir gefallen. Plane nicht zu viel oder wenn, plane oberflächlich. Nimm deine Projekte nicht zu ernst. Sei kreativ und denke außerhalb der Norm. Mach einfach immer weiter, wenn du mit Projekten abgeschlossen hast und ja, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Das ist meine persönliche Philosophie zum Programmieren von Hobbyprojekten. Natürlich kann man das im Job nur bedingt einsetzen, aber wenn es um Hobbyprojekte geht, ist das wirklich mein Way to go. Wie bereits erwähnt, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Programmieren starten Premium. Daran hast du Zugriff auf all unsere super umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen und Frameworks. Und wenn du schnell und einfach das Programmieren lernen möchtest, schau dir das unbedingt mal an. Link ist in der Videobeschreibung. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Programmieren. Auf Wiedersehen.